Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4, der Multiplayer mit dem Sebi. Moin moin und dem Alex. Ja das bin ich und ich bin hier mitten im Gefecht und wir sind gerade irgendwie auf dem gleichen Zoll wie eben, in der gleichen Runde wie eben. Also wie im letzten Part, da ist mir das Game abgeschmiert. LOL! Jawohl! Objective Destroyed, so sieht es aus hier. So, wir haben jetzt hier irgendwas gewonnen und so. Also wir spielen immer noch in der gleichen Runde, Obliteration Modus auf dem Map Operation locker und ja, richtig scharf und so. Jetzt seht ihr das aus einer anderen Perspektive, jetzt seht ihr halt den Overpore, eben habt ihr den Moop gesehen, jetzt seht ihr halt den Pro nämlich mich. Ja, halt die Klappe. Und so ein Depp hat der A den Chat beschrieben, voller Lappen. Ja, ich war das. Weil der Bombenträger, da muss ich jetzt einfach irgendwo sagen, der Bombenträger, der ist die ganze Zeit... Ja, weil die meisten schenken, dass sie die Bombe haben. Ja, der ist irgendwie 10 Meter oder so vor der Bombe der Schlinge. WTF, 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 wie komm ich hier nicht raus? Und ich hab nicht gecheckt, zur A zu laufen. Alter, 4 AP. Warte, du kriegst jetzt mal ein Medic. Nein, du nimmst das nicht. Den ist meins. Meins. Meins! Du nimmst du meins! Ich will Punkte bekämpfen. 4 Granaten ist Boss, Alter, ich halte sie erstmal 4 Granaten. Bam, Junge und Bam, Junge und Bam. Ich hab einen gekillt. Mew, Bomb, okay, guck mal, die ist gar nicht so weit entfernt. 100 Meter, die, ach, die wird immer neu gesucht. Ja, ja, genau. Schwule Wand. Äh, die Gegner haben die Bombe direkt mal. Egal. Warte, wenn der jetzt hochkommt, den mach ich kaputt, Junge. Mach ich kaputt, Junge, mach ich kaputt, Junge. Ich geh mal den. Ich pack der ist irgendwie hier unten. Noll, der rennt zu uns und so. Aber wir kommen näher, wir kommen näher. Ah, Bombe down, okay, jetzt geht's raus. Jawohl, sauber. Wo bin ich denn jetzt hier? Komm zu mir. Wir haben wieder die Bombe, ist schön. Ja, dann müssen wir die anderen Richtung. So, Kollege, komm jetzt. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Ach, hier war eben Volker Metzl und so. Ah, geht nach. Laser-Visier, Junge. Jetzt geht ab, wie ich mit Kratze. Aber die Laufel spült sich ganz schön. Okay, wir laufen hier gerade mit den Bomben. Alter, was ist das für ein Monko? Alter, was soll das denn? Was denn? Lol. Der Bombenträger, weiß ich, ich laufe so hinter den Bombenträger hinterher. Der Bombenträger läuft durch so eine Schiebetür, ja? Durch so eine Gefängnis, durch so eine Gittertür. Und in dem Moment, in dem der da durchläuft, geht die Tür zu und ich komm nicht hinter. Und ich komm nicht hinter ihm her. Die ist automatisch zugegangen. Sag mal, wolltet ihr mich trollen oder was? Oh, du bist tot. Ja, jetzt bin ich tot. Aber echt, der ist dadurch... Alter, bei mir sind richtig viele Gegner, Junge. Und die geht zu. Ja, warte. Boah, Junge, ich hab den Bomben-Träger getötet, bin ich Boss oder was? Bin ich Boss, ja, bin ich Boss. Ich kann bei dir gar nicht spawnen, lebst du noch? Nein, ich bin tot. Okay. Wann bist du schlecht, ey? Mann, Mann, Mann. Schwein... Alter, man spawnt und man stirbt. Kacke. Ich fahr mit bei dem her. Leut, Gegner, ja! Sonst baute man stirbt. Aber ne Gerad hat das dann explodiert. Alter, Alter, Aua, Aua, Aua. Ja, das war richtig für die Gegner. Alter, krass, krass, krass. Alter, alter, alter. Krass, Junge. Okay, 90 hat wirklich jemand die Scheiß-Kompanie gespielt. Tatsache. BF3 war die ziemlich OP, muss ich sagen. Da war die ziemlich gut. Ja, OP nicht, aber die war gut. Ja, OP nicht, aber die war gut. Auf Close Quarters halt, ne? War wie die MPs. Ja. Das stimmt. Ich bin mit da so einer halben Kugel auf Putt von 50 Milliarden Kugeln, also Konas, das können wir nicht mehr umfallen. So sieht's aus. Die Bombe kommt zu mir hoch, Junge. Das ist gut. Da schmeißen wir mal direkt Granaten hin. Wieso schieß ich irgendwie erneut? Ich hab die ganze Zeit geschossen, und hab dann gegen die Felswand geschossen, statt da irgendwie... Okay, da kommen ein paar Leute. Aber auch nur ein paar. Ja, da sind ein paar. Da sind nur wirklich ein paar. Ungefähr so zehn oder so. Das ist doch kein Ding. Ja, das ist kein Ding. Aber hier ist irgendwie so ein Paket. Willst du jemanden Kommandern? Ne, ich dachte schon. Na, das ist super. Oh, das geht ab hier. Oh, das geht ab hier. Ah, irgendwo hier ist ein Gegner. Ah, die Bombe ist fallen gelassen. Warte mal, ich jump, ich lauf da mal hin. Gib mir die Bombe, gib mir die Bombe, gib mir die Bombe, gib mir die Bombe. Ich hab die Bombe aufgehoben. Schön. Du wirst halt immer so abkratzen. Ich lauf da wieder rein, ich lauf da rein, ich lauf da rein. Okay, ich bin drin. Okay, ich bin so im Raum. Leute, beschützen mich. Oh mein Gott. Ja, ja, ich komm mir jetzt zu dir. Du wirst eh tun sein, wenn ich da bin. Ja, komm zu mir. Ne, ich bleib hier noch ein bisschen drin. Ich safe hier noch ein bisschen. Okay, ich bin bei dir. Kalt. Alter, krass. Oh mein Gott. Komm, ich hab Angst. Ich hab Angst. Was soll ich machen? Oh, die sind alle da. Ja, die sind alle da. Deswegen bleib ich so ein bisschen hier. Alter, krass. Ich will nicht. Hallo. Die wissen alle, dass wir da drin sind. Ja, das ist ja gerade das Schlimme. Alter. Ja, was machen wir jetzt? Von rechts, lol. Ich schieße in die Wand ein. Schwucht durch. Lol. Ja, okay. Jetzt müssen wir hier raus. Scheiß, devolution. Ja, stopp mich wieder zu beleben, du Penner. Ich lauf. Ich lauf zu. Ich lauf zu. Nein, sack hast du. Ich lauf. Ja, wiederbelebt mich doch. Dann hätte ich dich unterstützt. Fuck, ich bin down. Ja, das war einfach taktisch sehr unklug von dir. Ja, ich hab da ohne nachzudenken bin ich aber losgelaufen. Ja, scheiß, devolution. Ey, wieso schießt, könnt ihr auf die Fenster entziehen? Ja, richtig beschissen. Richtig beschissen. Ja, ich bin ja richtig kapitel. Alter, was war das? Ah, hier läuft immer noch keine ganze Magazine machen, glaube ich. Sehr schön. Okay, da sind. Bei dem Raum rechts da direkt rum. Also zwei sind down. Lol. Okay, nee, warte. Warum ist es down, ne? Ja. Ist irgendwo unten, warte mal. Ich hab die Bombe. Sauber. Oh nein. Ich bin irgendwo runtergesprungen und bin gestorben. Ach, die befinde ich davon zu. Lauf doch, wo muss ich hin? Nein. Tour ist Alex. Führe den Auftrag zu Ende. Ey, du. Ja, ich bin hinter dir. Wir wissen, dass ich hier bin. Wir saven dich an. Ja, egal. Lauf einfach. Lauf um dann. Lauf um dann. Lauf um dann. Ich bin direkt hinter dir. Wir machen das hier. Lauf zu B. Lauf zu B. Plente bei B. Wie pendet man die? Wie pendet man die? Keine Ahnung. Stente. Mach, mach Plente die Bombe. Oh mein Gott. Bin ich Boss. Sauber. Ich bin. Ich bin. Lauf um dann. Okay, kann man Punkte dafür. Jetzt müssen wir hier warten. Nein, nicht sterben. Stirb nicht. Ich glaube, der Sprengradius ist ziemlich groß. Deswegen glaube ich, dass ich mich nicht. Der ist verdammt groß, ja. Bitte, lass sie nicht hochgehen. Ich will irgendwie Punkte mal dafür haben. Ja, sauber Alex. Bin ich Boss oder bin ich Boss, Junge? Bin ich Boss? Du bist ein Boss, Junge. Ja, ich weiß. Ich weiß. Cool. Einmal ein Erfolgserlebnis und sofort große Fresse, oder wie? Ja, du bist halt genug. Ja, die Klappe ist gut. Okay, cool. Die Bombe wird geortet. In Ordnung, in Ordnung. Relocated die Bombe. Alles klar. Wo denn? Wir müssen jetzt... Hallo? Weiß ich nicht. Lauf immer nach. Ich hab den Unterblick. Da sind überall Tote. Tote. Ja, warte. Okay, ich hör mal aus. Ja, und ein Gegner, Mann. Mann, ich wieder verlebt hab, bevor ich dich zu dem Typen aufmarsch. Oh, ich hab 5.000 Punkte, wieso? Mann. Wo sind jetzt die Schuchtelbombe? Na, lol. Ich wohn halt direkt vor Gegnern. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Steht doch nicht da. Reiner Zufall. Reiner Zufall. Wenn er nämlich... Okay, ne neue Bombe ist da. Oh, ah, ah. Meine Nase, Jungs. Ah, ist er. Oh, da hab ich irgendwie so'n Boss wiederbelebt. Voll ein Megaboss. Ja, ist er. Äh, die Bombe... Also, wenn ich jetzt hier runterspring... Ja, mich... Fuck, die Enemy. Hatte Ahnung. Hier, Enemy hat die Bombe. Ich hab den Bomben-Bomben-Trainer getötet. Ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe. Ich will aber erst mal meine Teamkameraden und machen ganz viel Leben. Okay, wo müssen wir hin? Ich bleib mir mal so... Der Unterschied zwischen dir und mir ist halt, dass ich die Bombe lege und du halt abkratzt. Ja, halt die Klappe. Okay, wir müssen ganz links nach außen. Wieder überlebt mich doch so, Drecks-Medic. Mungo-Medic, Alter. Alles klar. Ich glaub mal hier so'n bisschen... Links rein, glaub ich. Ja. Okay, ab geht's. Da oben, da oben, da oben, da oben. Aus dem Ding ist da. Okay, der ist down. Müsste down sein. Der ist noch da oben drin. Ich glaub... Okay, von links auch. Fuck die Wand an, ey. Da mach ich erst mal... Läuft von hinten. Bombe ist down. Wir kommen von hinten. Wo? Oh ja, ich seh's. Kannst du mich wieder benehmen? Nope. Ich hab einfach eingeschossen, aber der andere... Okay, jetzt kommen sie alle. Einer hat die Bombe. Ja, der ist schon wieder tot. Gott, Hilfe, Zettler, das killt. Das ist ja nice. Lol, wie die Bombe aussieht, Alter. Wie so'n Wasserfass. Alter, wieso? Ich spau'n nicht und... Ich bin tot. Wie konnte der mich denn killen? Der ist halt in der Wand. Lol, ey, Polol, Alter. Ey, au. Wir haben die Bombe. Jawoll, du wirst... Jetzt lauf. Ich fahr' mal bei dir. Wenn das ein Fehler war, dann schlägt dich. Hier, nimm mal mehr. Dann schlägst du mich. Der haut'n Gegner, ne? Mediket. Müsste ich jetzt mal irgendwo eine Medaille für bekommen hier? Ja, irgendwann bekommst du die. Bombe ist dropped. Ja, das ist cool. Oh, direkt vor. Fast direkt bei uns. Warte. Wohin müssen. Den gönnen wir uns. Ich hab' der Bombenträger ist down. Ja, dann geht. Ich hab' die Bombe. Dann hier, zack. Nimm die Bombe und... Ich lauf. Scheiß Feuer. Blätter, du. Elfmeter, zehn Meter. Fuck, ich bin im falschen Raum. Jetzt bin ich tot. Was schieß ich denn da? Da hab' ich ja wohl... Drei Gegner, drei Gegner, zwei Gegner. Komm, mach' die kaputt. Einer ist da hinten rum. Ja, ich flakier' die hinten rum. Okay, sauber. Komm, lass' die müssen ja irgendwie holen. Typical. Double kill. Irgendwas hab' ich gemacht. Okay, die Bombe ist irgendwo hier. Alles klar, Bombenträger, hau' raus. Ich verkeh' die jetzt alle von hinten. Wo auch immer. Hä, wo bin ich jetzt hier? Bin noch irgendwo da. Okay, Bombenträger. Los, mach' die Bombe. Hier, komm. Hier ist die Bombe. Hier, hier ist die Bombeleger. Hier, hier ist die Bombeleger. Bombeleger. Verdammt noch mal, ey. Boah, wie dumm ist der Bombeleger? Kommt doch hierher. Voll der Mongo. Ah, jetzt hat das gecheckt. Voll der... Jetzt hat das gecheckt, ja. Und jetzt sind sie natürlich Gegner. Ah, jetzt bin ich down, awesome. Von oben schießen die auch. Ich bin neugt bei dem Bombenplatz. Bombeleger ist überhaupt, verdammt. Ich komme nicht. We have the bomb. Ja, hab ich die. Nee, das ist irgendein anderer Mongo oder keine Ahnung. Egal, Hauptsache, Hauptsache... Alter, hier ist das übelste Intermezzo. Ich bin tot, Granate. Junge, ich wollte zehnmal die Bombeleger, aber... Ah, das ist ja... Fuck. Ja, das packen wir. Ah, das müssten wir... Also eigentlich müssten wir das packen, ja? Ja. Komm, jetzt hier. Das wäre natürlich mega geil. Das wäre echt nice. Komm, komm, komm. Ja! Ja, sehr schön! Sauber. Das gibt einen GG. Warte, ich auch. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Nein, ich habe... Hab ich meinen XC-Boost aktiviert gehabt? Nee. Ach, egal. Na, ich auch nicht, verdammt. Na ja, halb so schlimm. Halb so schlimm. Ja, coole Sache, da haben wir das gewonnen. Und ich habe direkt meinen Service da für die CZ-805. Ja, die ist aber ganz nice. Also... Die ist nicht schlecht, ja. Wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt, dann passt das wohl. Lol, Alter, wie viele Ribbon-Punkte. 5000 Ribbon-Punkte. 13.000 Punkte habe ich bekommen. Nicht schlecht. Na, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Ich auch. Sag dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao!